Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu den monatlichen Rewards Info Champions zusammen mit Tone. Servus, Leute, ich bin auch am Start. Und ich melde mich heute auch wieder mal wieder, back am Start mit meinem Pickel. Und ja, Leute, hier auch schon den neuen Merch an, Digga. Ihr wisst Bescheid, zu jeder Bestellung gibt es eine Autogramm-Card dazu, Link ohne Beschreibung. Und natürlich auch zu Tone, Leute. Und wir haben, also ich habe Elite 3 monatlich erreicht. Das heißt, mir winkeln 12 Infos. 12 Infos, Mann. Und Tone wird 20 öffnen. Er hat sogar Elite 1 erreicht monatlich. Leute, hätte ich einen Sieg mehr gehabt, hätte ich sogar Elite 2 geschafft. Und ja, Leute, wir zeigen euch jetzt erst mal, welche Spieler wir alle ziehen können. Die ist es einfach nur zu krank. Es sind so krass, Digga. Also, ihr werdet es gleich sehen, Jungs. 2, 91 rated Spieler. Einmal Higuain, Hazard, Eriksen, Hummels. Anton, stell dir mal vor, wir ziehen Hazard, Digga. Was ist denn da? Oh, Alter, Pogba, Mertens, Vidal, Nain Golan, Cavani, Mbappé. Wir würden es am liebsten ziehen, sag mal ehrlich. Son. Ich weiß nicht, Griezmann müsste eigentlich auch jetzt dabei sein, oder? Griezmann ist ja nicht aufgelistet, aber ihr seht, Pogba ist dabei. Griezmann ist auch 100%ig dabei, Jungs. Der wird halt perfekt in meinen Team passen, kann ich euch auch noch gleich zeigen. Also, Leute. Und Mbappé, warte, wir können noch ein bisschen nach unten scrollen. Hier ist noch Tolisso, ist richtig heftig am Start. Son ist ultra-OP, Fernandinho auch überkrass. Leute, ich sag's euch ehrlich, ich bin so nervös. Komm, wir switchen mal wieder die Szene. Hier seht ihr mein Team, wenn ich halt Mbappé ziehen würde und Griezmann als roten Inform. Und noch Tolisso zum Beispiel. Ein Pack, stellt euch das mal vor. Das wäre so krass. Also wirklich. Oder Pogba. Richtig, rechts oben, Mitte, Griezmann im Sturm und dann noch Tolisso, Jungs. Das wäre zu heftig, Mann. Oder Mustafi kann auch rein. Hör auf, ey. Also, Leute, ich glaube, ich war noch nie so nervös bei einem Pack-Opern. Ich schätze dich auch. Weil die Wahrscheinlichkeit ist halt echt, wir haben es vorhin so ausgerechnet, es gibt so 20 richtig gute Spiele, die wir ziehen können und 30 Whack-E. Also, die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch, dass mindestens einer gute dabei sein muss, Jungs. Aber egal, Leute. Wir wollen nicht bloß rum, Jungs. Wir fangen jetzt mit meinem Account an, öffnen jetzt hier die Rewards. Wir haben beide dieses Wochenende leider nur Gold 1 erreicht. So, hier natürlich erstmal die monatlichen Rewards. Aber die drei Wochen davor, Jungs, alle Elite gemacht. Mit Raw2Glory Account. Das ist aber auch nicht schlecht. Also, Tone hat Elite erreicht. So, wir haben hier das monatliche Elite-Trikot. Das ist auch das allererste Mal, dass ich das habe. So, Leute. Let's go, Digga. Okay, wir fangen an mit meinen 100 Carpacks. Danach öffnen wir Tone seine. Let's go. Oh, willst du das erste öffnen? Oh mein Gott. 12 Infos. Machen wir das erste Pack mit einem Minion. Ich habe mir einen Minion am Stadion. Gern dir, gern dir. Auf geht's. Let's go, Mann. Also, ich muss sagen, 100 Carpacks waren bis jetzt noch nie so heftig bei uns. Digga, steigen wir auch Icons. Ja, okay, Digga. Dann ist der unser Heldmann. Bitte, Digga. Komm. Ich kann nicht hinschauen. Ey, wenn es keine Wände sind, dann schlagen wir dich. Kein Icons. Oh mein Gott. Komm, Baby. Spanien? Spanien? Isco? Okay, Isco ist nice. Ist gut, Digga. Ist fresh, Alter. Let's go. Walkout, Mann. Da kommt er rausgesprungen. Er ist auch, glaube ich, 40k oder so wert. Ja, ist gut. 25, 30, irgendwie was. Vielleicht ist dann noch ein, Digga, Mbappé oder so. Oh, Sokrates. Alter, geil. Zwei Inform. Äh, zwei Walkouts. Zwei Walkouts. Geil. Ja, Jungs. Das ist ein gutes Pack. Ja, ist echt ein gutes Pack. Also, wir hatten schon viel, viel wackere 100k-Packs. Ich glaube, so 100k-Packs müssen es sein. Das sind ungefähr 30k, 20k für Sokrates. Ja, okay. Also, das sind 70k-Augend mehr. 70, ja. Komm, Digga, mach du jetzt. Nächstes 100k-Packs, Leute. Komm, Jungs. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Okay. Komm, einmal eine Legend oder so ziehen, weißt du? Okay. Keine Legend. Keine Legend. Keine Legend. Egal. Alles gut. Alles gut. Portugal? Nein. Gib uns. Oh. Uruguay. Schwimmer. Barca. Oh. Come on. Come on. Oh, mein Gott. Ich dachte, das ist kein Swerd. Ich dachte, das ist mein Herz, ne? Wird nicht ganz so viel, aber... So, haben wir jetzt gleich dein monatliches Pack geöffnet und gehen wir zuerst auf meinen Account. Okay. Wir gehen erstmal auf deinen Account. Okay. Bis gleich. Krank, Alter. Digga, weißt du? Ich dachte, du kriegst Ruhe. Das wäre dann so aus... Ich... Ich schwörs. Das war, dass ich jetzt eins ausgeflippt habe. Okay, Jungs. Wir kommen jetzt zu meinen Packs. Auch Gold 1 geschafft. Leider nur. Aber wir kriegen 200k-Packs. Und mal schauen jetzt, was bei uns... Also, was bei mir drin sein wird. Elite-Packs sind auch am Start. Ach, und du kriegst gar kein anderes Elite-Trikot, ne? Ne. Ich hab das 2-mal jetzt schon bekommen, ja. Ah, okay. Krass. Nice. Rund 50k auf unseren Nacken. Das darf ich jetzt abstoßen. Schade, dass sie da kein neues... Ja. An Land ziehen. So, let's go, Digga. Tone. Digga, es hat so gut angefangen bei dir. Komm, Alter. Ich hab das Gefühl, wir kriegen heute was Geiles. Ich schwörs euch, Jungs. Ich bin heute so... Also, ich bin nie optimistisch bei Packs. Aber jetzt... Heute hab ich irgendwie ein gutes Gefühl. Jungs, wir starten mit dem ersten Pack. Komm schon. Die weniger. Ich werde das nicht kennenlernen, oder? Oh. Oh, guck. Was war denn? Ich war so... Ich war so... Ich war so Wilson-Wilson, oder? Ah, nein, der ist ja schon dabei. Ah, Augustin, oder? Austin, Austin, oder so. Ist ja ein neues Inform-Team schon draußen. Ja. Wilson wäre nicht mal so schlecht gewesen. Der lässt sich echt cool spielen. Ja. Austin, Jaco. Oh, Son ist auch noch dabei. Son ist auch noch dabei. Ist nicht schlecht, Digga. Ist nicht schlecht. Ja, kann man auch sich verlassen, Jungs. Den Inform wird man für SBCs immer brauchen. Komm alles auf die Transferliste. Und jetzt, Anton, du bist dran. Okay, komm. Komm, du hast glückliche Hände. Ich gönn mir Pickle Pack. Pickle. Komm. Let's go. Schau mal vor, dass es auch den 20 Inform-Pack öffnet. Okay, Jungs. Ah, ich würd's so gerne... Baby, 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 komm. Komm, Baby. Boah, du... Nein, nein. Oh, mein Gott. Nein, wenn jetzt endlich gekommen wär, halt Schmaul. Jungs, wie immer, hab ich nicht so viel Glück mit dem Packs. Schade, Alter. Egal, es kommen gleich die Info-Packs. Wtf, nein, nein, nein. Ja, okay. Alter, gebt euch das, wie schlecht das Pack ist. Aber ist egal, Jungs. Es geht nur um die 100k. Ich erinnere mich. Kimmich, kann man spielen, Digga. Okay. Also, stellen wir vor... Egal. Wir haben Uruguay-Prank gehabt. Wobei Cavani echt krass ist, ne? Okay, so ein krasser Prank ist es auch nicht. Ne, ne, aber passt, Jungs. Okay, ich würd' sagen, wir switchen direkt jetzt auf meinen Account, Leute. Und jetzt geht's um die Wurst. Wir fangen an mit dem ersten roten Pack. Ja, weil dir warst richtig krank, Digga. Egal, du... Ja, ja, wir ziehen wir 20 Inform-Pack, Digga. Die Scheiße oder Kaffeex auf die kacke ich alle... Wir machen jetzt das Hühnchen-Pack, Leute. Let's go, Digga. Musik ab. Komm schon! Wollen wir nicht schauen, wollen wir nicht schauen. Ja, wir schauen hin. Ja, wir schauen hin. Ja, wir schauen hin. Weg, 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 weg. Ich schaue nicht hin, ich schaue nicht hin. Digga, was denn? 1, 2, 3, 2... Nein! Was ist das Hühnchen-Prank ist? Es kann auch ein Papier drin sein. Es kann auch was Gutes drin sein, Jungs, aber das ist bis jetzt... Nein, das ist so wack, Alter. Das ist wack seinem Vater. Das ist mein Account, das ist mein Account. Egal, wir haben noch dein. Komm, komm, Digga. Bitte, Son oder Mbappé. Da sind noch 12 Spieler drin, da kann auch was Gutes drin sein, Anton. Komm. Es kann auch Mbappé drin sein, komm schon. Bitte. Aber der ist echt der Schwedische, ne? Komm schon. Dante? Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich stoße gleich an den Arten, ich mein's ernst. Ich werde niemand von den spielen, ich stoße gleich an den Arten, Digga. Nein, nein, ich stoße nicht, aber... Alter. Es wird es Gott, wenn du ein Challenge am Ende geben, wo du sie brauchst. Es ist gerade keine Aufmutterung, Bruder. Fuck, Digga. Das gibt's nicht. Das ist echt, glaub ich... Ich glaub, es ist in der Geschichte von FIFA 18 Ultimate Team. Oder von FIFA, Digga. Der schlechteste Monat, der gewinnt. Egal, wir gehen direkt auf deinen Account. Wenn du jetzt auch krank wirst, dann kommt so... Ich hoffe, aber im Glück kommt auch der Schwede, Digga. Nein, es hat Unglück gebracht. Ich weiß es. Die Hühnchen, ich weiß es mal nicht, Digga. Die Dreckshühnchen, Alter. Ich friss es auf, ey. Oh Gott, Mann. Dieses Dreckshühnchen... Es war richtig Trollermusik. Ja, Mann. Da muss so epische Musik rauskommen, damit es gut ist. Wir schauen diesmal hin, okay? Leute, wisst ihr was lustig ist? Damit ich überhaupt monatliche Elite erreicht habe, musste ich Sonntagabend um 18 Uhr anfangen, meine 40 Spiele zu spielen. Und ich hab um 7.59 Uhr das letzte Spiel Montag beendet. Ich hab die ganze Nacht durchgezockt, um Grand Quiz zu ziehen. Das ist echt so lächerlich. Nur vier Wochen hast du dafür gespielt. Egal. Komm, Digga, Tonne. Okay, Jungs. Let's go. Bitte für dich wenigstens. Baby, come on. Komm schon, Jungs. Wollen wir hinschauen? Ich weiß es nicht. Komm schon, Digga. Komm, komm. Nein, nein. Jungs. Bitte, 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 bitte. Bitte, komm. Belgien. Italien. Nein. Insignal. Es ist in Ordnung, Jungs. Ich werde den einwechseln. Er ist mega gut an sich. Er hat keine... Aber das ist nicht zufriedenstellend. Aber egal, vielleicht ist er noch ein Bakken. Bitte. Eins, zwei, drei, Jungs. Komm schon. Bring mir einmal Glück, Jungs. Einmal in meine Fakke. Tolisso? Das ist alles dein. Ich hab alles so ausgesehen davon eingetan, Jungs. Digga, da war nichts drin, Digga. Ich war ins Ernst. Da war... Es war... Nein. Ich könnte eigentlich anfangen zu weinen, Jungs. Aber... Wir schauen mal, was da drin war. Hör auf, ey. Also, Tolisso... Okay, Insignal. Ja, Insignal. Tolisso ist gut, Mann. Es ist gut. Rodriguez. Kann man alle wegschmeißen. Parejo. Ey, Digga, Mann. Ne, du... Ich wusste, ich zieh dich. Kollege. Und dann habe ich wahrscheinlich nur noch 81, Alter. Griechen. Siehe die Ruhe, Digga. Digga, wir haben dafür so viel Lebensenergie und Nerven verschwendet. Egal. Insignal ist natürlich nicht schlecht, ne? Schau mal, Delikt, Digga. Okay, Ashley Young ist auch okay. Meinetwegen... Ach, Bruder. Dembélé, Stürmer, Frankreich ist auch in Ordnung. Aber, Jungs, was wir uns da alles entgegen lassen haben. Und am Ende ziehe ich einfach nur den Sieg. Das ist wie Dijavi von letztem Monat. Da habe ich einfach nur... Schau mal. Ich habe einfach Isco gezogen. Und der ist halt... Der kann man halt nicht spielen, den Typen. Der ist nicht gut genug. Oh Mann. Ja, gut. Okay, Leute. Boah. Wir hatten echt Hoffnung gehabt, gell? Wir haben uns ehrlich gesagt etwas Heftiges erwartet. Also, ich glaube, meine 100 K-Picks waren ja schon geiler. Ja, die waren geiler. Ähm. Okay, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Schaut bei Tone vorbei. Und ich würde sagen, haut rein. Und wir sehen uns. Ciao, Jungs. Bei den nächsten monatlichen Real Rewards. Wahrscheinlich spielen wir noch FIFA. Ja, aber...